da habe ich so die sozusagen die ruby begraben als bin ich gerade hier weil der tag war ein schöner tag dann habe ich mir gedacht ich muss jetzt mal sie dürfte ungefähr hier das mal sehen hier liegen und hier ist hier toten schein ruby papa ist hier ich habe meine pappen verloren